Achtung, fertig, los! Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Das ist ein Blödsynismus, den Katze einfach zu Hause holen, verstehst du? Das ist ein Blödsynismus, das ist ein Blödsynismus, das ist ein Blödsynismus.